Hallo und willkommen zu meinem neuen Marx Flohmarkt oder ja nicht so ganz richtig, ein neuer Marx Flohmarkt Spezial. Ich hatte euch in meinem letzten Marx Flohmarkt gesagt, es ist leider was schief gelaufen. Wir wollten oder ich wollte euch hier diese Weste anbieten zum Verschenken. Leider ist sie nicht rechtzeitig eingetroffen, weil die Lagerbestände leer gekauft sind oder waren. Jetzt sind sie wieder da oder aufgefüllt, das heißt der Lagerbestand ist wieder aufgefüllt und ich habe hier auch meine Weste für euch bekommen, die ich an euch weitergeben möchte. Hierbei handelt es sich um eine sehr exklusive Heizweste, eine sehr schöne Heizweste von dem Hersteller Kemimoto. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Diese Heizweste hat fünf Heizzonen und wird mit einem 10.000 mAh Akku betrieben, der natürlich wechselbar ist. Was ist besonders an dieser Heizweste? Ich hatte ja schon einige Heizwesten im Betrieb. Hier hatte man aber oftmals das Problem, es waren sehr billige Heizwesten. Man hat die angezogen, dann hat man halt meist irgendwo eine Zone, die volles Rohr ballert und die anderen Zonen sind irgendwie nicht so schön beheizt. Deswegen habe ich mir jetzt mal diese Weste hier schicken lassen und diese Weste könnt ihr hier heute bei mir auch bekommen. Wie gehen wir vor? Ich werde euch jetzt mal kurz die Weste hier vorstellen. Wer nun dann dementsprechend aber Interesse an dieser Weste hat, kann diese Weste auf zwei Wegen bekommen. Zum einen könnt ihr sie ganz regulär kaufen. Den Link zu der Weste verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Allerdings werde ich auch eine Weste hier verschicken. Hierzu müsst ihr folgendermaßen vorgehen. Schaut bitte auch unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich einige Bedingungen und Regeln festgelegt. Lest diese durch. Wenn ihr sie gelesen und verstanden habt, stimmt ihr diesen bitte zu. Das heißt, ihr schreibt mir einen Kommentar, in dem ihr schreibt, ich stimme den Bedingungen zu. Und ganz wichtig, ihr müsst die Größe der Weste noch mit angeben. Das heißt, es gibt hier dementsprechende Größenangaben. Diese findet ihr übrigens auch auf Amazon. Ich habe euch den Link unten nochmal in die Videobeschreibung reingepackt. Dort könnt ihr nochmal draufgelegen. Und direkt nochmal schauen, welche Größe für euch passt. Schreibt bitte die Größe dazu. M, L, X, L. Und schreibt eventuell noch dahinter, wofür ihr die Weste brauchen würdet. Eine Auflösung findet dann im nächsten Max-Flohmarkt statt. Der ist schon am nächsten Montag und dort werde ich dann den Gewinner bekannt geben. Nichtsdestotrotz schauen wir uns erstmal diese Weste hier an. Sie kommt kompakt verpackt hier in diesem schönen Karton zu euch. Wir machen den jetzt einfach mal hier auf. Und dann haben wir auch schon die Weste hier vor uns liegen. Inklusive einem Akku und einer Bedienungsanleitung. Die Weste an sich gibt es, wie gesagt, in verschiedenen Größen. Und es ist eine Unisex-Weste. Das heißt, ihr könnt sie als Dame oder auch als Herr tragen. So, wir schauen uns einfach mal die Weste an. Das heißt, ich klappe sie einfach mal so schön auf. Ihr seht, die Weste hat hier vorne eine schöne oder hat generell eine sehr schöne Stoffoberfläche. Sie hat hier vorne zwei Taschen. An diesen Taschen möchte ich euch gleich mal was zeigen. In diesen Taschen befinden sich Handwärmer. Ihr seht diese. Diese sind hier mit der Weste verbunden. Das ist die erste Heizmöglichkeit für euch. Das heißt, wir haben ja mehrere Heizzonen in der Weste. Das wäre die erste Heizzone. Diese beiden Handwärmer. Das heißt, diese beiden Handwärmer bringen quasi hier die Taschen auf Temperatur. Und so könnt ihr auch eure Hände hier drinnen schön aufwärmen. Neben den beiden Heizelementen in den Taschen hat die Weste noch weitere Heizelemente. Drei weitere Heizelemente, insgesamt fünf Stück. Davon befindet sich ein weiteres Heizelement hier oben im Nackenbereich. Ihr seht es hier verbaut. Da habt ihr dann dementsprechend einen schönen warmen Nacken. Und zwei weitere Heizelemente befinden sich auf der Rückseite oder man würde sagen hier im Futter eingearbeitet. Das heißt, hier wird euer Rücken dementsprechend auch nochmal aufgeheizt. Das wären die Heizelemente bei dieser Weste. Wie wird diese Weste bedient? Wir öffnen sie einfach mal hierfür. Hier seht ihr mal die Weste von innen. Ihr seht, außen ist die Weste aus einer Art Vlies hergestellt. Bei dem hier verwendeten Innenmaterial handelt es sich um eine Art reflektierendes Isolationsgewebe. Das soll natürlich sicherstellen, dass die Wärme dann dementsprechend auch an euren Körper kommt und auch dort bleibt und nicht wieder in die Umgebung abgestrahlt wird. Wie wird die Weste betrieben? Das ist ganz einfach erklärt. Wir haben hier innen eine kleine Innentasche. Diese öffne ich einfach mal. Und hier befindet sich ein USB-Kabel. Das ist hier mit so einem Durchlass hier ausgeführt. Und hier könnt ihr dementsprechend euren Akku anstecken. Ihr nehmt jetzt hier einfach diesen Akku, der hier im Lieferumfang enthalten ist. Übrigens, der Akku hat auch noch ein Adapterkabel. Damit könnt ihr dann dementsprechend währenddessen ihr die Weste aufladet auch euer Smartphone zum Beispiel aufladen. Oder dann dementsprechend den Akku damit auch laden. So, wir stecken jetzt den Akku hier einfach mal an. Wir sehen, der Akku springt an. Er hat hier vorne so ein kleines Display. Auf diesen könnt ihr den Ladezustand des Akkus ablesen. Der Akku hat im Moment hier 66% Ladung. Das war der Ladezustand, mit dem der Akku ausgeliefert worden ist. Übrigens, den Akku könnt ihr hier drüben mit der Taste auch manuell oder händisch ein- und ausschalten. Haben wir den Akku angesteckt, stecken wir diesen einfach hier in die Tasche und schauen wieder auf die Vorderseite der Weste. Und hier findet ihr auf der linken oberen Seite der Weste eine Art Multi-Bedienfeld. Dieses zeigt euch den Zustand der Weste an. Dieses Bedienfeld leuchtet in verschiedenen Farben. Ich habe euch einfach mal hier die Bedienungsanleitung mitgebracht. Hier seht ihr die Betriebszustände. Ihr seht jetzt, das Gerät ist ausgeschaltet, rot ist heiß, blau ist medium und grün ist kalt. Wie steuern wir das System an? Indem wir einfach hier die mittlere Taste etwas länger drücken und schon ist die Weste aktiviert. Ihr seht, wir haben hier das rote Licht aktiviert und dementsprechend sehen wir, dass die Weste quasi in der höchsten Stufe arbeitet. Und jetzt habt ihr hier ein Steuerkreuz. Hiermit könnt ihr dann dementsprechend die einzelnen Zonen auf eure Temperatur einstellen, die ihr wünscht. Hier sind die Zonen dementsprechend aufgezeichnet. Wir haben die Taschen, wir haben den Rücken und wir haben oben den Nackenbereich. Diese könnt ihr hier einzeln einstellen auf die Temperatur, die ihr möchtet. Jetzt leuchtet hier dieses Symbol dauerhaft. Mit dem einen oder anderen gefällt das eventuell nicht, wenn man dann so durch die Stadt läuft und hat permanent so ein Licht an der Weste. Das ist auch kein Problem. Hier unten haben wir einen kleinen Lichttaster. Wenn ihr diesen betätigt, schaltet ihr das Licht im Symbol aus. Das heißt, die Weste bleibt aktiv, aber die Steuerung oder mehr zu sagen die Beleuchtung hier vorne ist abgeschaltet. Was natürlich für euch bedeutet, ihr habt die Wärme ohne hier diese LED und könnt dann dementsprechend auch im Dunkeln weiterlaufen, ohne dass euch jeder sieht. Jetzt möchte ich mal einen kleinen Test machen. Wie warm wird denn die Weste? Im Großen und Ganzen sind die Temperaturen hier schon angegeben. Ich fahre jetzt hier einfach mal alles auf Maximum und wir fahren das System mal hoch und lassen die Weste mal sich etwas aufheizen. Die Weste oder die Kohlefahrzelemente heizen sich sehr schnell auf. Das heißt, wir haben hier sehr schnell Ergebnisse. Die Handwärmer sind schon ziemlich warm. Wenn ich sie jetzt hier so mal raushole, habe ich jetzt hier einfach mal ein Messgerät und wir schauen uns einfach mal die groben Temperaturen der Weste an. Die beiden Handwärmer erreichen hier in der höchsten Stufe eine Temperatur von fast 70 Grad. Diese Temperatur ist aber in den Handwärmern gemessen. Ich blende es euch einfach mal ein. Ich habe es hier mit meinem Wärmemessgerät fotografiert. Das heißt, sie sind schon sehr, sehr warm. Wenn man sie jetzt anfasst, man verbrennt sich aber nicht die Hände. Ihr seht, ich habe sie hier in den Händen. Das funktioniert wirklich tadellos. Dann schauen wir mal auf die Innenseite. Auf der Innenseite haben wir auch noch drei Heizelemente, zwei Heizelemente im Rücken. Diese kann ich euch auch noch mal fotografieren. Hier seht ihr, diese beiden einzelnen Heizelemente haben hier knapp 45 bis 50 Grad erreicht. Und wir haben hier noch mal dieses Nackenheizelement. Dieses schauen wir uns auch noch mal an. Dieses hat deutlich, deutlich über 50 Grad erreicht in der maximalen Stufe. Und somit habt ihr doch ein sehr schnelles, sehr starkes Wärmeergebnis. Wärmeergebnis. Wem diese Energieaufnahme oder wir sagen hier diese Energieabgabe in eurem Körper zu hoch ist, kann ja hier dann dementsprechend noch mal runterregeln in die blaue Stufe. Hier haben wir dann deutlich geringere Energien, die fließen. In der blauen Stufe habt ihr im Schnitt 5 Grad weniger. Das heißt, mit jeder Stufe, die ihr hier zurückspringt, reduziert ihr die Wärme der Weste um 5 Grad. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier das Rückenteil, sagen wir, rund bei 50 Grad erwärmt habe, springen in die blaue Stufe, haben wir dann so um die 40 bis 45 Grad. Und springen wir in die grüne Stufe, haben wir so um die 35 bis 40 Grad, die hier abgegeben werden. Dann kommen wir mal zu den Größen der Weste. Ich habe hier die Weste in der Größe XL bestellt. Europa und USA XL. Asien bedeutet das dann 2XL. Das heißt, wir haben hier eine ordentliche, ja eine ordentliche Bemaßung nach europäischem Stil. Jetzt kann ich diese Weste einfach mal für euch anziehen. Mal schauen, ob sie mir dann dementsprechend auch passt. In der Regel ziehe ich nämlich entweder großes ausfallendes L oder XL an. Und dann schauen wir mal, ob die Weste mir steht oder nicht sagen, mir passt. Und ich muss ehrlich sagen, die passt mir wirklich tadellos. XL ist exakt die Größe, die ich brauche. So, und so könnt ihr die Weste nochmal an mir anschauen. Ich bin ca. 1,80 Meter groß und ca. 90 bis 95 Kilo schwer. Ich habe jetzt hier die Weste auf maximal eingestellt. Und ich muss jetzt sagen, hier hinten im Genick wird es mir etwas zu warm oder auch generell die Weste wird mir hier zu warm. Ich bin aber hier in einem beheizten Raum mit einer Raumtemperatur von 20 Grad. Wenn das wie gesagt zu warm ist, habt ihr ja die Möglichkeit hier über das Steuersymbol hier drüben die Taschen einzeln einzustellen. Blau oder grün. Grün ist dann die geringste Temperatur. Hier oben den Nacken einzustellen. Den würde ich jetzt auch mal auf grün stellen. Und hinten den Rücken. Den könnt ihr dann auch hier nochmal separat regeln. Das finde ich an dieser Weste sehr schön. Denn alle Heizwesten, die ich bis jetzt hatte, kannten nur eine Einstellung. Ich stecke den Akku dran und alles ist entweder warm oder ich ziehe den Akku ab und alles ist dementsprechend kalt. Oder man hat maximal einen Aus- und Einschalter. Das kann natürlich hier diese Weste deutlich besser. Wenn ihr euch für diese Weste interessiert, wie gesagt, schreibt mir unten einen Kommentar, in dem ihr mir bitte den Bedingungen zustimmt und mir die Größe mitteilt, die ihr hier braucht. Wenn ihr diese Weste hier nicht gewinnt, könnt ihr diese Weste natürlich auch gerne direkt bei Amazon bestellen. Einen Link zu dieser Weste und zur weiteren Beschreibung dieser Weste findet ihr unten in der Videobeschreibung. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an den Hersteller Kimimoto, dem er hier diese Weste netterweise zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich dementsprechend auch ein Modell für euch zur Verfügung stellt, was ihr hier gewinnen könnt. Ich sage mal Tschüss und man sieht sich im nächsten Max-Floh-Markt. Euer Marc auf YouTube.